Applaus So Freunde, wir begrüßen euch jetzt zu unserer 8,5-stündigen Aftershow-Party. Applaus Wir sind leicht verschwitzt, aber hochmotiviert. Ich hoffe, ihr habt nichts vor. Eine wichtige Frage noch vorab. Habt ihr alle was zu trinken? Wenn nicht, holt euch hinten noch was, nicht, dass ihr euch dehydriert. Das ist wichtig. Wer hat nichts zu trinken? Kurz Arm hoch. Dann ist es wieder keiner gewesen. Also wir begrüßen uns für den außergewöhnlich schönen Abend bei euch. Also wir hatten sehr viel Spaß, wir hoffen hier auch. Wenn ihr Spaß hattet und ihr wollt es weiterempfehlen, wir spielen das Stück noch ein, ein letztes Mal im September für sechs Tage. Dann ist es vorbei mit ganz großes Kino. Wir bedanken uns bei euch, ihr wart ganz super. Vielen Dank. Jetzt geht's los. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank, Freunde.